So, hey ho und herzlich willkommen zurück zu Chocobo's Dungeon bei Chibi Let's Play und wir sind wieder bei Etage 21, nun auch mit den Saphir Talon, die nämlich deutlich stärker sind. Und blau passt auch ganz gut zu dem Dragoon-Helm. Von daher, ja. Oh. Ja. Jetzt haben wir wieder ein paar Warp-Portale. Wie wir ja gegen Ende des letzten Parts gesehen haben, ist hier unter anderem auch Behemoth vorhanden. Hm. Ine, mene, mu und raus bis du. Dann dich. Du Eurom. Okay, vielleicht treffen wir Behemoth ja nochmal und kriegen dann noch einen Saphir Talon. Oh, vielleicht sogar einen Sattel. Oder wir kämpfen gegen Malbro King. Okay. Ist mir auch recht. Ähm. Donnell-Town. Warte, ne, warte, ne, warte, ne. Ne, ich nehme Protect. So. Genau, komm mal an mich ran. Ähm. Vielleicht nochmal. Das könnte ich natürlich auch mal verwenden. Das ist doch Shell oder nicht. Magic Attack. So. Eigentlich zauberst du ja gar nicht, aber ich wollte es einfach mal ausprobiert haben. Wow. Okay. Yay. Job Level Up. Okay. Was haben wir jetzt dadurch gelernt? Garnier. Hey. Und es geht verdammt weit. Bis zu sechs Felder hinaus. Das ist sehr gut. Garnier ist ja auch einer der Speere gewesen in Final Fantasy 4. in der wir ja erstmals einen Dragoon getroffen haben. Nämlich, äh, Kain. Ich kämpfe erstmal gegen euch. Du hau es ab. Das ist so gut. Slow war ja klar. Jan. Ich finde es auch sehr niedlich, dass es bei Final Fantasy, also im Universum von Final Fantasy, immer mal wieder so kleine Anspielungen mit beschweigenden Easter Eggs gibt. Ich meine, allein die Musik hier vom Turm ist das Thema der Donnersteppe von Final Fantasy 10. Ja, das ist irgendwie schon wieder putzig. Aber es klingt ja wirklich wie eine, ein, 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 eine Uhr. Und weniger wie eine Steppe, in der es permanent blitzt und donnert. Naja, was soll's. Denk mal, Nobuo Uomatsu, der Komponist, wird sich damals auch was bei gedacht haben. Also, ich vermute mal, er hat das für die Donnersteppe auch geschrieben. Er war auf jeden Fall der leitende Komponist. Nee. Nee. Geh weg. Und du auch. Geh weg. Geh weg. Sag mal, geht's dir noch gut? Hi-Potion. Tschüss. Meine Güte. Na gut, solange der andere nicht wach ist. Aber eigentlich stehe ich ja streng genommen im Raum. Wenn man sich die Fliesen mal ansieht hier, die... ...den Glasboden. Na ja, geil. Er hat einen tiefen Schlaf, der Kollege. Und nicht ganz so anfällig für Eis. Ist auch egal. Ist auch egal. Kurze Frage. Wie viel? 3 SP. Okay. Ich hab grad gedacht, hey, wenn wieder so ein Kaktus in der Nähe rumzappelt, könnte man das natürlich gut gebrauchen. Aber 3? Na ja, okay. Ich wollte gerade Magie anwenden. Das hast du ja gut ausgedacht. Wieso haben wir hier Rübenköpfe eigentlich immer noch? Wir sind bei Etage 24. Und magische Töpfe. Nee, hier auch nicht. Wo ist denn? Wo ist denn das Portal? Wo ist denn die Treppe? Hier auch nicht. Ich trau mich eigentlich nicht, aber ich geh jetzt... Trotz sind da rein. Ah, hier ist es. Okay. Ja, ist ja gut. Ich hab das Gefühl, ich laufe im Kreis. Ah. Jetzt laufe ich im Kreis. Bam. No, nicht schon wieder. Du blöder Deku für Arme. Drain. Auch nicht schlecht. Ähm. Wie können wir hier eins von den Gläsern verwenden? Bei dir. Stärk bist du? Ah, geht so. Aber du hast das... Donner-Schaden-Attribut. Eigentlich wäre mir ein neues Attribut für den Sattel schon ganz gut. Ganz angenehm. Den absoluten Sattel, den ich übrigens letztes Mal gefunden habe, den, äh... hab ich verkauft. Weil der keine Attribute gibt. Der hat zwar bessere Verteidigung an sich, aber... Wenn er uns jetzt... So wie hier zum Beispiel vor Blindheit schützt oder so. Oder vor Rost geschützt ist. Dann brauche ich den nicht. Okay. Ähm... Bisschen doof jetzt. Ach, das sind sogar Qual-Königinnen. Naja, die kriege ich trotzdem immer wieder platt, ne? Boah, Alter. Äh! Also sie sind besiegbar, nur deutlich stärker als die normalen Qual. Und da kommt ein Vögelchen geflogen. Äh! Äh! Ja, die Gegner sind ja wieder ein bisschen kräftiger. Gut, hier ist nix. Oh, äh... Wen hab ich geweckt? Einen Tonberry. Ah, das noch. Ja, du bist zwar sehr lahm, aber... Ich kann dich ja trotzdem... ansprengen. Nicht böse gemeint, aber... Erfahrungspunkte. Verstehst du, ne? So. Ich bin mal so frei. Für alle Fälle. Nicht, dass gleich mehrere... Qual-Königinnen erscheinen. Oder noch mehr Tonberry. Na, du hinterlässt, glaub ich, auch gute SP. Also von daher. Ja. Genau hinter den Fallen. So, weiter. 29. Ne, die schläft mal weiter. Das wär mir lieber. Hier ist ne Truhe. Hache des Zeus. Okay. Nehmen wir gerne. Level... Oh, Level up! Level 43. Schön. Bäm. Bevor der mir noch was klaut hier. Ich muss... Da ist nämlich die Treppe. Ich seh's jetzt schon auf der Minimap. Hübs, das war daneben. Jetzt bist du wach, ne? Damn. Oh, Moment. Es leuchtet rot. Es leuchtet rot. Gut, dass mir das jetzt gerade so spontan noch aufgefallen ist. Hi, Eta. Ich wollte grad sagen, flitz doch mal eben ne Katze noch rein. Dann geh ich lieber weiter. Dusch schon wieder. Ich bin wach. 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 Die Verkundene sind immer wieder nach dem Neuen. Und Raffaella. Aber ich werde nie mehr so verriebsen. Wir müssen uns das jetzt einstellen. Wer gewinnen, wird auf der Juste. Na, Joel, sie hat... Chroma hat ihren Schatten gerufen. Ja, mach ruhig. Das beeindruckt mich jetzt, ehrlich gesagt, weniger. Oh, Shell da. So, was machst du? Feuer! Ja! Okay, das ist gemein. Das ist schon gemein. Weißt du was? Mache des Zeus. Donnergar! Ich war nicht nah genug dran, aber trotzdem ein bisschen Schatten gebracht. Du willst wohl ärgern, ne? Weißt du was? Drain! Na gut. Heilige Lanza! Bwahahahahahaha! Leg dich nicht mit mehr an! Hm. So, you defeated my shadow. Now, you're going to have to fight me! Okay. Dann kämpfen wir jetzt halt gegen dich. Ist mir auch recht. Ist mir auch recht. Shell. Ich glaube, Protek brauchen wir gar nicht malen. Ich hoffe, wenn ist der Ehezauber. Wieder ein Schatten auch. Okay. So. So. Trying. Ein bisschen anzapfen hier. Oh boy. Hm. Wir könnten auch mal die neue Fähigkeit verwenden. Müsste aber nur kurz. Ja. So. Gang. Hier. Bäm. War nicht ganz so effektiv für die Heilige Lanza. Aber trotzdem. Ich bin froh, dass ich das gelernt habe. So. Noch mal Drain. Aha. Teleportierst du dich nicht eigentlich wieder weg? Aha. Jetzt aber. Weil ich dir zu nah gekommen bin. Ist klar. gott. Gottsch. 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 Ehh. ? Das ist einfach schon欢 llegó. Ich tava an, wo man hierherischút macht. Es ist auch棒. Du weibst das alles. Das nehme ich mal als Entschuldigung so an. Und jetzt haben wir die Erinnerung des schwarzen Ritters. Jawohl. Sehr gut. Und damit können wir weiter. So, neuer Checkpoint. Und jetzt sieht der Turm wieder ein bisschen anders aus. Wir sind schon sehr weit oben. Wir können jetzt auch die Wölkchen sehen. Ah, schön. Ja, wir sind wirklich sehr weit oben. Gut, dann mache ich jetzt ein kleines Päuschen. Ein kleines Verschnaufpäuschen. Und jawohl. Wir können ja mal gucken, ob du den der Erinnerung bist. Jawohl. Gut, den nehmen wir noch mit. Ramuhu. Ja, hallo. Schön, dass wir dich hier auch mal sehen. Obwohl, eigentlich wüsst du ja nur der Kopf. Was ist denn mit dir passiert? Ähm. Die Dinger sollte ich wohl lieber nicht berühren. So. Ähm. Die kommen mir aber näher. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich meine, die können bestimmt Schaden machen. Dieser Gesichtsausdruck. Hört sich ja gar nicht mehr so im Gedächtnis. Erstmal das Ding kaputt machen. Und dann spring ich auch hier drauf. Bäm. So. Wir haben ja noch ein paar... Ja, ne, Donner wäre wahrscheinlich nicht gut bei dir. Aber Drain. Zumindest ein bisschen. Ich glaube, Donner würde dich eher heilen. Gut, ich komme mal an dich ran. Dann greife ich dich so an. Aua. Vielleicht kriege ich ja... Dein Beschwörungsorb. Das wäre natürlich richtig cool. Äh. Jawohl. Vom Gift besiegt. Ja, wir haben Rammus. Beschwörungsorb. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Und damit verschwinde ich wieder aus dem Dungeon raus. Wir haben ja immerhin den letzten Checkpoint. Passiert? Und... Ja, dann gehe ich wieder zur Schmiede. Und schaue mal, was ich da machen kann. Und dann wagen wir uns wieder. Durch den Turm durch, ne? Weiter nach oben. Also, meine Lieben. Bis dann! Und Chibichas! Bis dann! Bis dann! Tschüss! Vielen Dank.